Eine Freundin hat mich gefragt, ob ich Lust hätte und ich hatte die Gig-Konferenz oder das Gig-Festival schon mal im Livestream gesehen. Und es sah super gut aus und ich weiß, dass Pater Paulus auch echt gute Arbeit generell macht. Und deswegen dachte ich, kann nur gut werden. Und bisher bin ich nicht enttäuscht worden. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ich denke, dass es ganz wichtig ist, technisch auf einem Level zu arbeiten. Den Gott einfach würdig ist. Und ich denke, ganz oft verlieren wir uns als Techniker in kleinen Details. Aber oft ist es wichtig, dass wir das große Ganze einfach so gestalten, dass wir Gottes Schönheit repräsentieren können. In allem, was wir tun. In der Kameraführung, in der Lichttechnik, in der Soundtechnik. Einfach, dass wir so viel geben, wie wir können, um Gott in diesem Bild auch die Ehre zu geben. In dem Endbild einfach zu verherrlichen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020